Willkommen bei David Meme Folgen 1 der Reddit Version. Viel Spaß mit dem Video. Du bist eine Mikrowelle. Hört auf zu spenden. Was heißt das? Dass er Angst vor Spenden hat. Ich hab keine Angst vor Spenden. Abos, Abos, Abos. Hör auf du machst ihm Angst. Hiermit hallo an alle im Chat. Willkommen ins Triumph. Willkommen im Musik Express. Dinge die nicht mehr kommen. Das neue Wii Sports 3 Spiele. Das neue GTA 6. Und das neue Rini Poo Letzter Part. Ich hole mein Handy. Mein Cousin 5 Grades. Wenn du zu ihr gesagt hast, dass sie aufhören soll, sie aber weiter deinen David gönnet. Wenn deine Mutter dir gesagt hat, dass du Eier kaufen solltest, du es aber vergessen hast und um 22 Uhr jetzt die Eier klauen musst. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020